Guten Moin und herzlich willkommen hier bei Going with Evil. Wie man sieht, Odda ist wieder zurückgekommen. Das waren aber auch jede Menge Tiere. Ja los, ihr kommt schon nach Hause, das geht schon. Also wir haben ja das letzte Mal jede Menge Rohzutaten verkauft. Und wie man sieht, so viel haben wir jetzt nicht mehr. Es sind zwar immer am Ende immer noch 9000, aber es sind nur noch 9000. Und unser Lager, ich mag die neue Kameraführung. Ich wollte gerade sagen, unser Lager ist leer, ja. Es ist auf jeden Fall wieder etwas Platz. Na gut, hier noch nicht so viel, aber ich hoffe mal hier. Bis auf die Johannisbären, ja, ist doch eine ganze Menge weggegangen. Die Johannisbären, ja gut, die könnten wir auch noch verkaufen. Aber wir wollen heute mal schauen, ne. Wie weit wir denn hier sind. Wow, Zimmerhandwerk, schon mal besser geworden. Na, hier fehlt ja dann, ja. Am besten Dach noch. 2, 4, 6, 7, 9, 13 Dachteile hier. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir hier hochkommen. Aber das scheint ja zu funktionieren, weil hier vorne wurde ja was gebaut. Nicht genug Ressourcen. Also haben wir da wieder. Das Problem ist Kalkstein. Das Problem ist, ähm, Material hergestellt. Äh, ja. Also brauchen wir am Ende wieder jemanden. Gut, ich dachte jetzt schon, da ist was, ähm, ja, an Nahrungsmitteln noch beim Ofen gewesen. So, wir werden diese Kalksteinziegel produzieren. Wir brauchen eigentlich jemand, der das macht. Und wer macht das? Wo produziert Henry jetzt was? Weiß ich nicht, aber ja, Anna ist auch zurück. Ich weiß, unsere Transportiere sind wieder da. Aber egal, wir gehen erstmal wieder zu Henry und dann schauen wir, was er produziert. Kalkstein. Du musst ihm nicht mal was sagen? Ganz ehrlich, da bin ich ein bisschen stolze auf, ne? dass er einfach mal so macht was er soll und von den 20 die er hergestellt hat nimmt er gleich wieder 14 jeffrey ist geeignet als geistiger das jetzt dann nicht so was haben wir hier freundlicher besuch blablabla ein händler mal schauen was er mit hat fakt ist wir müssen also ja ich würde mich jetzt schauen dass wir jede menge von denen freiksteinsiegeln genau produzieren da ist immer noch müde ja das ist mir bewusst oder neul später na gut 19 Uhr da jemanden hinschicken zum produzieren ist natürlich ja schon ein bisschen mutig aber schlafen schlafen kann es zu später wir brauchen eindeutig kalksteine mit 26 kommen wir nicht weiter das sind dann ja heute später einmal hat viel zu tun mit tier einfangen oder endlich ja schon mal lustig so wie sieht das jetzt hier aus wo kommen die ran ja gut das erreichbar müssen wir dann schauen aber wir kommen auf jeden fall an bis spaß an es ist auf jeden fall schon mal was gebaut bin drin also an dach nicht so viel wie ich erhofft hatte das hier wäre schon wichtig dass das gebaut problem ist man kann hier keine prioritäten einstellen oder schön dass du müde bist du liegst im bett und schläfst zumindest liegt der bett ne so was haben wir hier im metallfalle brauchen wir da eigentlich noch welche in die ne der rentierung einmal mhm hier wo bald und oh Gott guck mal Titka steht schon mal hier so was hat er denn schönes Alkohol Milch also das was ich jetzt so erkennt Gold das ist gut Gold ist immer gut Problem ist eigentlich jetzt derzeit in dem Stand des Spiels bringen einem die Goldmünzen eigentlich gar nichts ja wir haben 5500 Münzen und ja ich könnte die einschmelzen aber warum wie wenn du jetzt gerade schon hier bist ich weiß du bist ja wo du hast viel hunger oh die Inga Belle ist von uns gegangen ein Wohl weniger aber Jeffrey wo läufst du hin jetzt Zimmer wo keiner schläft ich nehme alles zurück das ist Jeffreys Zimmer du hattest ein momentliches Date mit Titka Scho Titka Scho naja manche können Ferien haben aber nichts so was hat er denn schönes keine Goldmünzen mehr Bier wollen wir jetzt eigentlich auch nicht so wirklich Lachs haben wir selbst genug nicht stand auf dem Tisch gerinnende Milch oder Milch allgemein ne ja hört seine Falle nö und da haben wir genug die Karottensamen nehmen wir ihm ab ein bisschen Kohlsamen noch wollte ja eher nicht so ne das was auf dem Tisch steht ist Quark Quark Lübensamen ja so ist das scrollen schneller die Winterkleidung behalten wir einmal Sommerkleidung und das Geschäft ist eigentlich gut gelaufen ich habe aber noch was gesehen wo ich sage das kann eigentlich weg übrigens eine Forelle wurde gegessen oder bearbeitet wir haben hier 2300 Eisenbahnen so viel brauchen wir niemals andersrum geklickt na der kann ja auch 67 mitnehmen und irgendwo anders verkaufen das ist ganz einfach too much hätte ich jetzt beinahe gesagt also wir brauchen es definitiv nicht so wir haben jetzt da doch Stein ja 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 ich habe hier rund um Kalkstein Kalksteins Siegelwände gebaut oh wir haben sogar schon 130 fies ne von Händler stellen und eigenes Bier trinken und ja dann wieder gehen ohne dass er irgendwas daran verdient hat ähm was natürlich wichtiger ist David du bist gerade hier die wollen bauen ja Anna möchte produzieren dann drücke ich eigentlich immer die Leertaste also Leertaste ist ja mehr oder minder Pause drücken ja 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 gute Frage warum ich da immer drücke ja was hat sie denn eigentlich hier signifikante Kampftempo Beeinträchtigung ne die produziert weiter das ist gut das Problem ist für Meisterschütze ist sie noch schlechter geeignet aber warum das ist das am Ende nur soviel die ist zu intellektuell etwas weniger begabt als andere die Nahkampf ausführen David jetzt ist er weg David wir haben das genau gesehen mit dem Alkohol nebenbei mal gesagt ne wir hatten am Anfang der Folge 9000 hohe Nahrungszutaten wir hatten jetzt schon wieder 9400 zu unseren Siedlern scheint es nicht schlecht zu gehen ne wir haben sogar eine Astralkuh die hier schon verwirrt ist wo sie hier Alkohol hinstellen kann genau der Händler ist gegangen das ist schön sie fängt uns zu oh Gott oh Gott hat einmal ja noch ein Stück zu tun oder ja ja das mit dem Kalkstein ist halt nicht so die sinnvollste Sache so aber das Dach haben wir jetzt schon mal und jetzt sehe ich wow wir kommen da nicht hoch wir müssen dann den Weg hoch bauen wir müssen mal probieren ob das geht da kommen die von zwei Seiten ran ja ich mag die Kameraführung so weit weg von einer stabilen Struktur weit weg von einer stabilen Struktur ja ok macht natürlich Sinn so wie er das Holz rein gestoppt hat habe ich es wieder abgerissen so das heißt dann eine Stütze drunter und dann bekommen wir das hoch ja hier am Rand geht es nicht weit wenn ich es das aber zwischen Dach und Balken setzt dann geht es dann ist es so dass wir hier ein zweites Baugürst bauen müssen also nicht wir sondern die Siedler aber muss hier irgendwie ein Dach drauf wie sieht es jetzt aus 154 Altsteinziegel das ist auch nicht viel ich würde sagen aber Anna versucht es wenigstens aber ein bisschen Unterhaltung genießen ja geht auch jetzt mit Lucia reden und ab ins Bett genau und wenn die Siedler jetzt ins Bett gehen sag ich zu dir vielen Dank fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder ciao, ciao Bis zum nächsten Mal.